Krima, achso. Er kann mir hier die Sachen auch machen. Toll. Was ist denn das? Aufwertung für Rüstung. Okay. Habe ich die Jacke nicht? Oh. Was ist? Ja, hat sich ja erledigt. Die Trissi ist wie der Pissi. Die kleine Trissi ist wie der Pissi. Wo muss ich denn jetzt hängen? Da oben. Das ist besuchst von der Brücke hier, ne? Dann warten wir mal bis morgens. Meditation. Zeit abwarten bis... Morgendämmerung. Da. Bin mir immer noch hier. Ist das die Richtung? Hier muss ich auch mit dem Troll reden. War, glaube ich, auch die Richtung, ne? So, heute ist irgendwie das Spiel nicht so reizvoll wie das jetzt immer. Irgendwie. Uiuiui. Geschirrte Brücke. Danke, Herr. Ich werde irre. Der verdammte Wald ist schon voller Gesindel. Und jetzt flippt auch noch dieser Drecksack aus. Wer? Der Troll. Soll die Brücke instand halten und das Pack fernhalten. Nimmt seit Jahren Maut dafür. Wo ist denn das Problem? Die Kaufleute im Hafen haben mich geschickt, um zu sehen, ob der Weg passierbar ist. Es gibt keinen anderen. Tja, und die Brücke ist eine Ruine. Und da streckt doch dieser freche Kerl die Hand aus und will Schnaps für'n Durchlass. Für diesen Trümmerhaufen, frag ich ihn, da haut der mir einen aufs Maul. Die Sterne hab ich flimmern sehen. Floredo hat einen Preis auf seinen Kopf ausgesetzt. Dieser Schwanz würde uns am liebsten ganz von der Außenwelt abschneiden. Wir brauchen die Brücke. Und zwar in gutem Zustand. Und den Troll brauchen wir auch. Nüchtern. Wenn du dir was verdienen willst, dann töte nicht den Troll, sondern geh zu unserem Vogt. Der erklärt dir alles. Oh, okay, Problem mit dem Troll, sprich mit Korab. Mit dem Troll, okay. Wo ist Korab? Können wir jetzt auch noch schnell machen? Der Troll. Korab. Korab ist da hinten. Ach ja, ach ja, hin und her. Ja, hin und her. Hm, die reich heute. Der Nebel. Ja, das ist schon schick, wa? Achso, da ist der Vogt. Sie ist gleich hier vorne. Und hier hat noch alles schon mal. Ja. Wo ist der Vogt? Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Sogar für drei von eurer Sorte. Ihr sind aber arme Leute. Wir werden uns schon einig. Geht besser zum Markt in Flotsam. Am Wirtshaus findet ihr eine Tafel mit Aufträgen. Aber lasst den Troll in Frieden. Egal, was euch die Leute erzählen. Troll, ein gut bezahlter Auftrag. Und andere Aufträge? Gut bezahlte? Wie wär's mit dem Kreis? Loredo hat viel für die Zauberin locker gemacht. Scheint also Mittel im Budget zu haben. Hm, der Kreis. Meinst du den Kairan? Nenn ihn, wie du willst. Das Flussmonster eben. Er pragte schon unsere Vorväter. Aber jetzt ist er einfach nur unerträglich. Zerreißt Netze. Vergiftet Fische. Selbst Loredo sagt, dass es jetzt, wo die lokale Wirtschaft Schaden nimmt, keinen anderen Ausweg gibt, als eine Zauberin anzuheuern. Troll. Ihr habt hier einen Troll? Ja. Im Wald haust er am Fluss. Der ist harmlos. Tut ihm nichts. Ein nützlicher Troll also. Verstehe. Nützlicher als Loredo ist er allemal. Und seufzt auch weniger. Stört niemanden. Und repariert auch mal die Brücke. Verschont ihn. Hm. Ein anderer Auftrag. Wie wär's mit dem Kreis? Okay, das hatten wir gerade. Für was für eine Zauberin. Danke für... Leb froh. Jetzt müssen wir aber nochmal ansprechen. Wieso schützt du den Troll? Du willst also den Troll nicht loswerden? Wer kümmert sich um die Brücke, wenn nicht er? Stell jemand anders ein. Weißt du, was ein Handwerker kostet? Der dämliche Troll tut seine miese Arbeit für eine lächerliche Maut. Die Brücke ist kaputt und der Troll fällt über die Leute her. Tja, er ist zum Säufer geworden. Das ist das Problem. Wenn du es schaffen könntest, dass er den Alkohol lässt. Ich bin ein Hexer, keine Arme. Ich bezahle dich gut. Wie gut? 100 Urrens. 200. Du bist ganz schön teuer. Was soll's. Es dürfen ruhig alle wissen, wie sehr mir das Wohl des Dorfes am Herzen liegt. Gut, Probleme mit dem Troll. Geht zum Lager des Trolls. Gucken wir mal, was er da macht. Warum fragt ihr so oft? Habt ihr nichts im Kopf? Bin ich in die richtige Richtung? Ja. Ja, mal gucken, was er Troll so sagt. Troll dich. Troll ist unten, ne? Was ist oben? Brücke Arsch. Musstet roll. Okay, hier komme ich nirgends wo runter. Oh, hier. So, dann kann ich auch gleich das Schifffark untersuchen. Gibt nicht. Oh. Was gibt es nicht? Übergang. Gibt nicht. Nur mit Schnaps. Ich habe keinen Schnaps. Ich werde doch nicht für den Übergang über eine kaputte Brücke bezahlen. Sehe ich wie ein Schankwirt aus? Kein Schnaps. Kein Durchgang. Oh. Hey, hey. Also, kein Schnaps. Kein Durchgang. Oh, ich schnappse ihn, oder? Oh. Taxi. Ich kann ich nie jürgen. Aua. Ein Fiesling, oder? Was ist denn die Trollhöhle? Die war doch auch hier irgendwo, oder nicht? Ja, ja. Schmeiß mal Steine. Ja, ja, ja. Muss ich einen Schnaps besorgen? Kann das sein? So, irgendwie ist heute nicht mein Tag, ach. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Was ist denn? Was ist los? Hm, klar. Ich habe nichts anderes zu tun. Ich bleibe willig hier. Ach ja. Mir ist heute echt nicht mein Tag. Ich glaube, ich mache dann gleich hier Schluss. Ich hole mir jetzt nur noch was zu saufen hier. Komm, mach ein Licht an noch nebenbei. Tankwirt. Ich möchte ja was kaufen. Und was haben wir? Ist aber zu saufen. Alter, Käse, Apfel. Hey, Luzi. Ich will hier keine Raufereien. Ist das klar? Ja. Ich behalte dich im Auge. Auch noch. Ich möchte was kaufen. Was hast du denn? Du hast auch nichts zu saufen. Ich brauche Schnaps. Dritter Sporn ist auch hier. Bleib mir vom Balken. Kaffee. Ich dachte, das ist eine Kneipe hier. Also ein Ding. Also heute ist es irgendwie echt. Es ist echt schwergängig heute. Gut. Ich würde sagen, ich mache das nächste Mal weiter. Zucht mir leid soweit. Und wir sehen uns halt in der nächsten Folge von The Witcher. Und wir sehen uns halt in der nächsten Folge von The Witcher.